Hallo Erfolgsjäger, ich habe den Unkrautvernichter rausgeholt und wir besiegen jetzt den Boss Yamui. Äh, oder... Jaimu. Whatever. Wir sind im immergrünen Floor auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad und machen den Erfolg beim Endboss, den wahrscheinlich aber auch schon so gut wie jeder von euch hat. Der Erfolg besagt, dass wir beim Endboss die unterstützenden Erzmagier nicht sterben lassen dürfen. Denn, wenn wir jetzt bei dem Boss ankommen, sind dort einige Erzmagier-NPCs, die schon gegen den Boss kämpfen. Diese werden regelmäßig attackiert bzw. in Fallen gesetzt. Diese Fallen müssen wir dann einfach nur zerstören, damit die nicht sterben. Ich glaube, die kann man sogar heilen, bin mir nicht ganz sicher. Und wenn der Boss dann fällt und alle Erzmagier, die hier noch rumdödeln, am Leben sind, habt ihr den Erfolg auch schon bekommen. Da drüben ist einer, wir holen ihn raus. Das war's auch schon. Wenn ihr Fragen oder sonstiges zu anderen Erfolgen oder diesem habt, schreibt es unten in die Commentary-Box. Am Ende könnt ihr noch 1,5 Sekunden opfern und den Abonnement-Klopf drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns später in der World of Warcraft bzw. Warlords of Draenor. Baba. Baba. That's a cool face. Wanna date? Uh, fuck. I bet. I bet. I bet. I bet. UARA. Und da, und da, und da. I bet. ��